Es begann mit der Apex Corporation in den 70er Jahren und der Entstehung des Silicon Rivers in Nordkorea. Selbst zu dieser Zeit waren sie uns technisch weit überlegen. Wir kauften alles, was sie uns anboten. Telefone, Tablets, einfach alles. Und als sie begannen Waffen herzustellen, konnten wir nicht widerstehen. Unsere Kriege im Mittleren Osten wurden immer schlimmer. Ein Krieg führte direkt zum nächsten. Sogar nach dem schrecklichen Tag in Realt kämpften wir weiter, während unser Land zerfiel. Dennoch kauften wir Apex, um uns einen Vorteil zu verschaffen. Der Dollarkurs sank, unsere Schulden an Nordkorea explodierten. Die Arbeitslosigkeit stieg und die Nation ging in die Knie. Die scheiternde Regierung beglicht die Schulden nicht, woraufhin Nordkorea seine Entscheidung traf. Jedes einzelne Stück Technologie, das sie uns verkauften, hatte eine Hintertür. Sie legten unser Militär mit einem einzigen Knopfdruck lahm. Die ersten KVA-Truppen auf amerikanischem Boden sollten mit dem Wiederaufbau beginnen. Aber nach den ersten Hilfspaketen gab es nur noch Brutalität. Sie nahmen uns unsere Unabhängigkeit und Freiheit. Amerika wird von der KVA kontrolliert. Aber es wird sich wieder erheben. Du bist die Revolution. Hallo und willkommen bei KSC. Ich bin Suvin Kang. Unsere Hauptnachricht. Heute haben wir die Vorbereitung für die langerzählte Frühjahr State Parade begonnen. An diesem Tag feiern wir die Bemühungen der Liaison-Offizierer. Sie arbeiten unermüdlich daran, die Lücke zwischen der Übergangsregierung und den normalen Bürgern zu schließen. Bürgermeister Simpson hat geschworen, die Antiterror-Anstrengungen zu verdoppeln. Zusätzliche Friedenswächter wurden abgestellt, um die Sicherheit der Bürger während der Parade zu gewährleisten und gegen sämtliche kriminelle Handlungen im Vorfeld vorgehen zu können. Dazu Simpson gerade vor den Kamerlisten. Wir alle kennen die tägliche Bedrohung hier in Philadelphia nur zu gut. Die Bomben, die Schüsse rein, alles von Benjamin Walkers nationalem Terrornetzwerk in Sydney. Keine Sorge, wir werden diese Kriminellen zur Rechenschaft ziehen. Die Lebenswächter halten unsere Straßen sauber und sicher für alle Bürger. Dank der verbesserten Bedrohung sein Kernsystem... Halte das Ding aus, Brady. Dieser verdammte Wichser. Wir sind Terroristen? Nach allem, was er getan hat? Der wäre nicht so dreist, wenn er wüsste, dass Walker schon hier ist in Philly. Ja, Walker wird ja ordentlich für Chaos sorgen. Wann kommt er an? Fünf Minuten. Wäre besser, wenn diese neuen Drohnen ihn nicht scannen. Sind wir soweit? Glaube schon. Hoffe es verdammt nochmal. Ist schon was, Brady? Wie lange bist du jetzt dabei? Drei Tage? Bald wirst du Walker persönlich treffen. Er ist der einzige Grund, warum ich hier bin. Er hat uns alle inspiriert. Brady, gibst du mir mal das Gas? Danke. Nehmen an, Walker war schon in Washington eine Legende, hm? Ich hab ein bisschen was davon gehört. Tut mir leid. Ich bin froh, dass du jetzt bei uns bist. Ja, Leute, hier stimmt was nicht. Die Straße ist leer. Was? Scheiße, sind wir das? Verdammt, Walker wird jede Minute hier sein. Sch, sch, sch. Es ist nicht, ich hab's hier. Raus, raus hier. Schau, holen wir. 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 Wir sagen ihm nichts, Brady. Ist klar? Hallo. Danke euch für das geduldige Wagen. Wir können nun beginnen. So. Du erzählst mir jetzt, wo bitte finde ich Benjamin Walker. Du verschwendest deine Zeit hier. Ich hab nur gehört, Walker wäre unten in Memphis. Ihr wisst, ich hab Superkräfte. Fick deine Kräfte, du erbärmlicher Verräter. Oh. Da will jemand wohl eine Demonstration. Ich zeig dir detailliert, wie stark ich wirklich bin. Ich halte meine Hand etwa so. Zielpunkt. Mary. Und? Tu es einfach, du Arschloch. Nein. 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 Das ist doch mal was. So, wie sieht's nun aus? Hast du jetzt Lust zu reden? Hm? Ich habe genug von deinem Scheiß. Ich habe genug von deinem Scheiß. Red endlich. Dir mach ich's nicht so leicht. Es ist Walker. Ich bin Walker. Wir verschwinden hier. Scheiße. Wir müssen hier raus. Ich kenne einen Ort für uns. Hilf mir hoch. So ein verdammtes Chaos. Wir müssen hier raus. Das ist der Ort. Für den Moment sollten wir hier sicher sein. Aber die Norks werden den ganzen Distrikt auf den Kopf stellen, um uns zu finden. Wir müssen eine andere Widerstandszelle kontaktieren. Scheiße, ich hab mir einen schlechten Moment ausgesucht, um angeschossen zu werden. Erinnerst du dich daran? Dieses Handy ist unser Ticket zum nächsten Unterschlupf. Solltest du einen Netzwerksendeempfänger finden und ihn kriegen können, er wird uns mit dem geheimen Widerstandssignal verbinden und den Weg zum nächsten Unterschlupf zeigen. Hier, nimm es! Wir arbeiten hier blind. Du musst ein Widerstandslager finden. Dort solltest du Informationen über den Distrikt sowie die Standorte der Sendeempfänger finden. Aber du musst dich beeilen, Brady. Wir haben nicht viel Zeit. Sie werden uns finden. Wir müssen wissen, wo sich der Unterschlupf befindet. Du schaffst das, Brady. Du schaffst das, aber du schaffst das, aber du schaffst das, und du schaffst das, wie es sondern Helpfänger. Du schaffst das, als Schaffst du auf. du schaffst das, bei dir ist das. Du schaffst das, wie es nur aufsetzen. Du schaffst das, wie es so gutimientos ist. Du schaffst das, wie es vor. Du schaffst das, wie es sagt. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Erinnerst du dich daran? Dieses Handy ist unser Ticket zum nächsten Unterschlupf. Solltest du einen Netzwerksendeempfänger finden und ihn hängen können, er wird uns mit dem geheimen Widerstandssignal verbinden und den Weg zum nächsten Unterschlupf zeigen. Hier, nimm es! Wir arbeiten hier blind. Du musst ein Widerstandslager finden. Dort solltest du Informationen über den Distrikt sowie die Standorte der Sendeempfänger finden. Aber du musst dich beeilen, Brady. Wir haben nicht viel Zeit. Du bist unsere einzige Chance. Du bist unsere einzige Chance. Ein-trug nicht. Ein-trug nicht. Ihr hört uns. Oh, das ist verdammt nochmal großartig. Ich komme zu spät zu meiner Schicht. Kannst du unserem Liaison-Offizier nicht von dir abrufen, damit sie? B-Roy, dem ist das scheißegal. Er wird einfach auf seinem beschissenen Klemmbrett vermerken, dass ich zu spät gekommen bin und mich eine Doppelschicht arbeiten lassen. Scheiß drauf. Wie können sie nur mit sich selbst leben? Wie kann man nur aufwachen und plötzlich ein Liaison-Offizier werden wollen? Ich will auf meine Mitamerikaner scheißen. Ist ein bisschen Macht das wirklich wert? Und ein nettes Haus in Ashgate und ihre 50 Gramm Protein. Vergiss das nicht. Ich hoffe, er erstickt dran. Achtung, in dieser Zone ist ein Sicherheitseinsatz im Gange. Jegliche Fakten sind aufgeschoben. Hände aufgeschoben. achtung, in dieser Zone ist ein Sicherheitseinsatz im Gange. Jägliche Fahrzeuge sind aufgeschoben. Ich bin so unbekannt. Keine Bewegung. Hände über den Kopf. Achtung, in dieser Zone ist ein Sicherheitsreinsatz im Gange. Jägliche Fahrzeuge sind aufgeschoben. Hey du! Wolltest du etwas? Wieso ist das überhaupt so weit gekommen? Alles okay. Hey, ich kenn dich doch, oder? Wie konnten wir die Eroberung einfach so gesehen haben? Hey, ich hab schon länger ein Auge auf diese. Scheint keiner drin zu sein. Was meinst du? Wollen wir uns umsehen? Wer weiß, was wir finden? Ah ah, man sollte sich solchen Orten lieber nicht nähern. Da drin sind ein paar heftige Typen, verstehst du? Ja, aber wenn jemand dort ist? Sie werden dich finden und dir beide Arme brechen. Und was machst du dann? Komm schon, es gibt bessere Möglichkeiten, sich etwas zu verdienen. Ich geh rein. Ich geh rein. Keine Lust auf mich. Ich geh rein. Ich geh rein. Ich geh rein. Ich geh rein. Das ist auch gut. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020